Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder euer Zeddy. Und erstmal fettes Danke an meine Community. Aber darüber mache ich noch ein extra Video oder es kommt in einem anderen Video. Heute möchte ich euch einen neuen Money Glitch zeigen. Und dabei geholfen hat mir der Löcher Nummer 1. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich habe jedes Mal einen Hänger bei dem Satz. Egal. Was ihr dazu machen müsst, ihr braucht erstmal eine Garage voller Karin Rebels. Und ihr braucht einen Kumpel, der in einer anderen Sitzung ist. Also nicht in eurer Sitzung, sondern in einer komplett anderen Sitzung. Und ich mache das jetzt per Splitscreen. Links wird angezeigt, derjenige, der seine Autos verdoppelt und sie dann später verkaufen kann. Der den Money Glitch macht. Und rechts im Splitscreen kommt derjenige, der Out of Radar geht. Falls es mit dem Out of Radar bei dem anderen Spieler nicht klappt, dann wechselt mal einen Spieler oder fragt jemand anderes, ob er euch helfen kann. Weil auch wir hatten extrem viele Probleme und es hat auch wirklich nicht beim ersten Mal geklappt. Wir haben schon ein paar Versuche gebraucht. So, dann fange ich auf jeden Fall mal an. Was ihr machen müsst, also der Glitcher nenne ich ihn mal, der startet einen Job oder ein Rennen. Oder ja, ich würde jetzt ein Rennen empfehlen, weil das könnt ihr alleine machen und es geht am schnellsten. Und der andere, euer Freund, der schickt euch permanent irgendwelche Einladungen zu seiner Sitzung. So drei, vier Stück oder so, falls es mal schief geht, dass er halt immer wieder mal welche annehmen kann. So, sobald ihr die Einladung bekommen habt, öffnet ihr den Job und ladet euren Kumpel ein. Und sobald er die Einladung auf seinem Handy hat, dann soll er sie mal aktiv stellen und erstmal kurz warten. Sobald das Rennen dann gestartet ist, gebt ihr über die Party am besten Bescheid, dass das Rennen jetzt gestartet ist. Und erst wenn ihr im Rennen seid, soll er die Einladung von dem Rennen annehmen. Und wenn er dann dem Job beitreten möchte, euer Helfer, dann hat er so einen schwarzen Bildschirm, wo dran steht, möchten sie dem Spieler zuschauen. In dem Bildschirm muss er einfach nur warten, bis ihr, also der Glitcher, das Rennen beendet hat. Und sobald der Glitcher das Rennen beendet hat, also mit Bewertung, alles mögliche, dann geht er in den freien Modus. Und wenn der Glitch geklappt hat, dann wird der Helfer automatisch wieder in freien Modus gespawnt. Also der spawnt, dann packt es kurz rum, dann fliegt es wieder hoch und wieder runter und dann, das geht relativ schnell. Und wenn dann alles geklappt hat, hat er kein Radar, kann großartig nichts machen und ist dann Out of Radar. Der Glitcher muss dann eines der Spieleinladungen, die er davor bekommen hat, annehmen, damit er zu dem Out of oder zum Helfer dann in die gleiche Sitzung kommt. Auch wirklich der schwierigste Teil von dem Glitch, weil viele Spieler, die kommen nicht Out of Radar. Das heißt, wenn euer Helfer nicht Out of Radar kommt und wirklich immer in der Luft hängen bleibt und es einfach nicht funktionieren möchte, dann soll er entweder einen Account wechseln, falls er einen Modded Account oder sowas hat, oder ihr fragt einfach jemanden anderen, der das mit euch probiert. Also irgendeinen anderen werdet ihr dann schon finden. Also wir haben es jetzt mehrmals getestet. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Woran es liegt, wissen wir nicht. Wenn ihr es aber so habt, wie wir das jetzt haben, dass auch alles gepasst hat, dann müsst ihr jetzt folgendes machen. Der Helfer muss bei dem Glitcher ins Auto einsteigen, aber halt nicht als Fahrer, sondern als Beifahrer oder ja, euch hinten reinhocken oder so. Und der Fahrer, der muss dann in einen Gangangriff reinfahren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht wisst, um wie viel Uhrzeit oder wo jetzt genau ein Gangangriff ist, ich habe unten von Google Maps jetzt einfach mal GTA 5 Gangangriff eingegeben und habe mir da ein Bild, wo das alles so beschrieben ist, mal angeschaut. Und es passt auch alles soweit. Ich haue den Link von dem Bild mal unten in die Videobeschreibung, das könnt ihr dann anschauen. Und dann seht ihr genau, um wie viel Uhr und an welcher Stelle ein Gangangriff stattfindet. Und dort halt einfach reinfahren und der andere Spieler, also der Helfer quasi, der muss jetzt, also wenn ihr dann in einem Gangangriff drin seid, muss er irgendeinem Spieler, also ganz egal wem irgendeiner in der Freundesliste, in die Sitzung beitreten. Dann kriegt ihr auch wieder die schwarze Meldung und die müsst ihr mit X bestätigen und es passiert einfach gar nichts. Also ihr tretet nicht der Sitzung dann wirklich bei, sondern ihr braucht einfach nur die Meldung. Das ist eigentlich schon alles. Nachdem ihr es dann bestätigt habt, dem anderen Spieler, also irgendeinem dritten Spieler dann beizutreten, bekommt der andere Spieler, also der Glitcher, die Meldung, dass der Helfer die Sitzung verlassen hat. Hat er ja aber eigentlich nicht. Dann müsst ihr eigentlich nur zum Apartment fahren, also der Glitcher, und holt dann eines von den Karin-Rebells raus. Und wie ihr seht, sieht der Glitcher den anderen Spieler nicht, also dem Helfer quasi. Und dann fährt er einfach ein bisschen rechts an die Straße, damit ihr euch da nicht gegenseitig überfährt, und tut gleichzeitig den Fahrzeugzugang auf niemand, dass ihr gar nicht einsteigen könnt. Und der Helfer geht dann an das Auto hin und spammt wirklich die ganze Zeit Dreieck. Und wie ihr seht, also es passiert nichts, aber man kann ja nicht einsteigen. Und ihr spammt wirklich durchgehend Dreieck, bis er seine Autos rein- und rausfährt die ganze Zeit, damit das Auto nicht wegspawnt. Und danach geht der Glitcher wieder zurück in seine Garage, steigt in das Auto ein, das er duplizieren möchte. Das kann wirklich jedes Fahrzeug sein. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr damit halt Geld machen wollt, einen Lowrider zu nehmen, oder einer von den neuen Fahrzeugen, Benji oder Karin Sultan RS, weil die geben am meisten Geld, die könnt ihr auch verkaufen. Mit dem T20 wird es zwar auch klappen, aber den könnt ihr dann nicht verkaufen. Und deswegen fährt ihr dann mit eurem Auto, was ihr duplizieren wollt, aus der Garage raus, steigt dann wieder in einen Karin-Rebell ein, fährt den dann wieder raus, parkt den am besten da hinter den anderen Karin-Rebell, steigt dann in das zu duplizierende Auto ein. So, dann hat er es jetzt dupliziert und steigt dann in das Original-Fahrzeug wieder ein und fährt es wieder nach draußen. Der andere spammt die ganze Zeit Dreieck weiter, steigt wieder aus dem Fahrzeug aus, rennt wieder in seine Garage zurück, steigt dann in das Fahrzeug ein, das er ersetzen möchte, in dem Fall ja der Karin-Rebell, fährt damit wieder raus, parkt es wieder irgendwo in der Nähe, steigt dann wieder in das zu duplizierende Fahrzeug ein und fährt es wieder zurück in seine Garage. Und wie ihr seht, zack, drei Stück. Ne, das ist doch geil. Und das könnt ihr dann so lang machen, bis eigentlich die ganze Garage voll ist. Und ich würde euch empfehlen, das alles mit einem Zweitcharakter zu machen. Weil da habt ihr meistens noch nicht alle Garagen voll und habt wahrscheinlich mehr Platz. Und mit einem Zweitcharakter würde ich euch wirklich empfehlen, die ganzen Garagen voll zu machen. Also ihr habt ja dann 50 Mal, könnt ihr das in kurzer Zeit duplizieren, wie ihr seht. Also der eine spammt die ganze Zeit, der andere fährt rein und raus und dupliziert das jedes Mal. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, das mit einem Zweitcharakter zu machen, wirklich in kürzester Zeit macht ihr da halt 50 Autos, die ihr dann für umgerechnet so ungefähr 700.000, 750.000, je nachdem wie ihr getunt ist, könnt ihr dann einfach nach Los Santos Customs reinfahren und ihn verkaufen. Das ist im Moment meiner Meinung nach der beste Money-Clitch, den es im Moment gibt. Nur er funktioniert halt wegen dem Out-of-Radar bei vielen Spielern einfach nicht. Und deswegen müsst ihr einfach die Spieler durchwechseln, bis ihr halt jemanden findet, der es schafft, Out-of-Radar zu kommen. Und dann, wie ihr seht, das geht in... Wir haben es jetzt viermal dupliziert oder dreimal jetzt dupliziert, innerhalb kürzester Zeit. Also es ist wirklich supergeil, wenn ihr dann da seid, ne? Und dann vielleicht ein Los Santos Customs verkauftes und mehr gibt es eigentlich gar nicht so viel darüber zu sagen. Ich bin an der Stelle jetzt auch mal raus. Ich hoffe, euch hat der Klitsch gefallen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein und schaut's beim Löcher Nummer 1 vorbei, ne? Alles klar. Ciao.